Servus Leute, Montag 19.8. Ich habe mir schon am Samstag den Jahr Vanilletrink geholt. Diesmal hole ich mir die Vanillemüllermilch, Weizenbrötchen wie immer dabei und Minutensteaks vom Schwein. Mariniert. Werde ich gleich noch in der Pfanne braten und mir dann gönnen. Dienstag 20.8, heute mal kein Edeka-Einkauf, sondern ein größerer von Jack & Jones. Erstens habe ich mir eine Slimfit-Jeans geholt für 70 Euro. Genau wie letzte Woche, Mittwoch und Donnerstag, wollte ich nicht einkaufen. Jetzt sind wir Freitag, 23.8. Der gute und günstig leite Macchiato ist jedes Mal dabei. Und Weizenbrötchen hatten sie heute nicht mehr, deswegen habe ich mir ein sogenanntes Toskana-Brötchen geholt. Ich habe keine Ahnung, wie es schmecken wird. Werde ich mir gleich beides zum Frühstück gönnen. Andere Leute sind gerade in Köln auf der Gamescom und machen Gamescom-Vlogs. Ich fülle mir meinen Einkauf. Es ist übrigens immer noch Freitag und ich habe ein Retro-Games-Magazin geholt. Ich werde das Video, denke ich, auch heute schon hochladen, weil morgen gehe ich wahrscheinlich nicht mehr einkaufen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.